dies ist ein exklusiv video also ein gesundheits video für den monat august gilt auch für alle anderen sternzeichen ja ich würde mich freuen wenn du diesen kanal abonnieren könntest ja das ist eine super motivation dann wollen wir auch starten so eine person besitzt ja frei dich von deinen lastern bitte ich könnte brauchen sein oder viel zu viel süßigkeiten ja oder irgendwie coca-cola orangensäfte was weiß ich was frisch gepresste orangen sätze ab und zu sind gar nicht so verkehrt laster ja auch wenn es ernährung ist ja sterben viel mehr menschen an überernährung als an unterernährung mittlerweile einerseits etwas positives ja so weil man ist sich selbst am nächsten alles liebe